Ho, ho, ho! Bald ist Weihnachten und ich wollte auch beim Weihnachtstag mitmachen. Und zwar habe ich mir den ausgedruckt und es sind 15 Fragen. Und ich kann, glaube ich, nicht alle so richtig beantworten, aber ich tue mein Bestes. Ich habe mir die jetzt auch nur einmal irgendwie gestern durchgelesen und und ihr kriegt also alles wieder freie Schnauze, Frontatz geknallt. Okay, Frage 1. Magst du Weihnachten? Ja klar mag ich Weihnachten. Wer mag Weihnachten nicht? Ein bisschen klebrig heute. Frage 2. Kam in deiner Kindheit das Christkind oder der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann. Schmückst du zu Weihnachten gerne das Haus oder dein Zimmer? Oder unsere Wohnung? Och, joa. Wir haben jetzt nicht übermäßig viel Weihnachtsdeko hier rumstehen, aber ja, so dies und das. Doch. Frage 4. Magst du gerne Plätzchen? Wir haben das letztes Jahr mal versucht, aber wir sind kläglich gescheitert. Die sind nichts geworden. Ich esse die auch viel lieber. Ja. 5. Machst du dir Stress beim Geschenkekauf für deine Lieben? Ich sag mal so. Wir haben heute den 21. Dezember und ich habe noch nicht alle Geschenke. Was sagt das über mich auch? Nein, ich mach mir keinen Stress. Nö. Meistens kommen auch die Ideen, glaube ich, wenn man gar nicht sich so einen Kopf darüber macht, irgendwie. Dann kommt irgendwie, ping, kleines Glühleähmchen über den Kopf und dann dacht man, ah, das kann ich kaufen. Ja. Frage 6. Deine Lieblings-Weihnachtsnascherei? Es gibt, ich weiß nicht, ob es den dieses Jahr zum ersten Mal gab, einen Weihnachtsmann von Kinder. Also, der ist genau wie Überraschungsei-Schokolade. Außen die dunklere Schokolade und innen die weiße Schokolade. Und der Weihnachtsmann, der ist richtig lecker. Also, davon habe ich so ein paar verdrückt. Dann mag ich gerne... Hallo? Dann mag ich gerne, ja, alle Arten von Keksen und Plätzchen, ähm, und Poffertjes. Poffertjes auf dem Weihnachtsmarkt. Wer keine Poffertjes kennt, googelt einfach mal. Die sind so lecker. Ja, da freue ich mich das ganze Jahr drauf. Frage 7. Machst du dir vorher Gedanken, was du zu Weihnachten anziehst, beziehungsweise machst du dich schick oder ziehst du dir normale Kleidung an? Schon so ein bisschen, ein bisschen feiner, aber auch nicht so mega obersuper aufgebrezelt, weil das Wetter lässt das ja auch gar nicht zu. Also, man muss ja irgendwie feste Stiefel anziehen und, keine Ahnung, eine dicke Jacke und einen dicken Pulli und, keine Ahnung, also... Und ob ich mir vorher darüber Gedanken mache? Ja, so ein bisschen, aber ich mache mir da auch keinen Stress. Äh, Frage 8. Der liebster Weihnachtsduft. Wenn ich zu meinen Eltern komme und da riecht es schon nach Ente irgendwie und der Kamin ist an und dann der Geruch vom Tannenbaum, das irgendwie so alles. Das ist... Ja, das ist für mich Weihnachten. Frage 9. Schenkst du oder bekommst du lieber Geschenke? Ähm, beides. Beides, ja doch. Also, ich verschenke auch gerne Sachen, weil wenn man dann so sieht, dass den anderen das auch gefällt, was man dem geschenkt hat und die Leute freuen sich darüber, das ist doch geil, oder? Ich mag das. Frage 10. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Hier in unserer Wohnung haben wir dieses Jahr keinen. Wir haben so einen Kunstbaum im Keller stehen, aber irgendwie haben wir dieses Jahr den nicht nach oben geholt, weil... Ja, weiß ich auch nicht. Der sieht auch nur so aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ja. Da mag ich lieber den Baum bei meinen Eltern. Das ist ein riesen Oschi-Ding. Meine Mutter schmückt den immer ganz toll und... Ja, das ist, äh... Das ist dann schon ein richtiger Baum. Frage 11. Dein Lieblingsweihnachtslied? Ich glaube, das ist, ähm... Von Melanie Thornton, Wonderful Dreams, heißt das, glaube ich. Das ist das, was es vor ein paar Jahren mal mit der Coca-Cola-Werbung gab und... Wenn ich die Werbung dann gesehen habe und das Lied dazu gehört habe, dann war für mich so... So, jetzt ist Weihnachten. Ich weiß nicht. Und wenn ich das Lied jetzt noch immer höre, dann... Ja. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsweihnachtslied. Frage 12. Dein schönstes Geschenk, das du jemals zu Weihnachten bekommen hast? Ja, das ist so eine der Fragen, wo ich mir denke, hm... Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich kann mich kaum daran erinnern, was ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn es mir noch einfällt, schreibe ich es da hin. Aber im Moment fällt mir da wirklich nichts ein. Bist du aufgeregt an Heiligabend? Ja. Ich glaube nicht mehr. Ein glitzekleines bisschen vielleicht. Gehst du gerne auf den Weihnachtsmarkt? Äh. Ja, wenn ich weiß, ich kriege Poffertjes? Ja, doch. Also wenn es jetzt nicht so... Dieses Jahr war es echt alles matschig und kalt und glatt und... Also dieses Jahr war ich, glaube ich, nur zweimal da. Und ja... Geht so. Letzte Frage. Dein, in Klammern, größter Wunsch zu Weihnachten 2010? Ja, das ist... Was wünscht man sich zu Weihnachten? Dass wir alle gesund bleiben. Dass wir alle glücklich sind. Dass wir alle schön miteinander feiern können. Und... Ja... Dass auch in 2011 alles schön wird. Ja. Ja, damit beende ich dieses Video und hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch allen wunderschöne Feuertage. Und... Ja. Dann sehen wir uns ja spätestens... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin da ja... Spontan. Bis dann. Und da. Die. 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 Vielen Dank.